Es sind Bilder wie aus vergangenen Zeiten, vor dem Corona-Ausbruch. Jugendliche, die in das vibrierende Nachtleben eintauchen. Wir schreiben das Jahr 2021 und sind im Supermonkey, einem Nachtclub in Wuhan. Ja, Wuhan. Dort, wo die Pandemie ihren Anfang nahm. Diese gilt zwar als besiegt und die Menschen gehen feiern, aber nicht so wie früher. Obwohl unser Land verglichen mit Lockdowns in anderen Ländern nicht komplett abgeriegelt ist, fühlen sich die Menschen trotzdem nicht ganz wohl. An diesem Samstag ist ein Jahr vergangen, seitdem die 11-Millionen-Metropole in den Lockdown musste. Zweifel bleiben, viele Menschen gehen weniger aus. Das Nachtleben in Wuhan hat um bis zu 70 Prozent abgenommen. Für die anderen gilt, wer in den Club Supermonkey will, muss am Eingang seine Temperatur messen und eine Maske tragen. Diese verschwindet aber spätestens auf der Tanzfläche in der Hosentasche. Für die Menschen in China ein Beweis, dass ihre Regierung die Pandemie in den Griff bekommen hat. Im Gegensatz zum Westen. Vielen Dank!